Papa? Ja? Nächste Woche ist doch Muttertag. Wir haben noch kein Geschenk wie Mama. Du weißt ja, wie sie reagiert, wenn sie keine Muttertagsgeschenke bekommt. Aha. Könntest du uns was drucken? Okay, ich guck, was ich machen kann. Danke. So, dann muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Willkommen zurück. Was kann es für eine Mutter schöneres geben, als etwas selbstgebasteltes zu bekommen? Oder in meinem Fall etwas selbstgedrucktes. Wir wollen jetzt in Fusion 360 einen schönen individuellen Bilderrahmen konstruieren. Zuerst zeichnen wir uns die Grundform des Rahmens in Form von mehreren Rechtecken. Durch Extrusion verdicken wir den Rahmen in verschiedenen Stärken. Dann runden wir die Außen- und Innenkanten ab. Und schrägen das mittlere Rahmenelement ab. Und schon haben wir einen ganz einfach gestalteten Rahmen. Auf der Rückseite konstruieren wir eine Vertiefung, in der später die Rückwand des Bilderrahmens Platz findet. Nun brauchen wir noch eine individuelle Rahmendekoration. Wie wäre es da zum Beispiel mit dem Wörtchen Love? Liebe ist immer gut. Schön auf dem Rahmen platziert. Noch ein bisschen individuell eingestellt. Noch ein Herzchen dazu. Wie eingebaut. In der Größe verändert. Angepasst und dazu positioniert. Zuletzt reiht sich noch das U für U dazu. Und fertig ist die Dekoration. Als nächstes konstruieren wir uns noch die Rückwand. Zuletzt fügen wir noch ein Standelement hinzu. Und schon ist unser Rahmen fertig konstruiert. Jetzt muss er nur noch gedruckt werden. Und dafür habe ich natürlich wieder eine Timelapse für euch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 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 Wenn es dir gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert mich. Und wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.